Skateboards da, die mit den beiden Rollen an den Seiten da, Hoverboard, da ist er ja auch schon mal mit auf die Bühne gedonnert, also der hat immer irgendwas im Petto, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was David Peterson jetzt macht, was kommt, der trifft auf Darren Webster, der Demolition Man, hier haben wir David Peterson, der post ja jetzt schon, alle Frauenherzen sind auf Reise, Das war's. Das ist mindestens eine 180 von Devin Peterson. Und das ist auch Darts, ein bisschen Selbstentertainment, ein bisschen einfach mal laufen lassen, die Musik und dem Jungen ein bisschen in Raum geben sich da auch mal. Wenn es wichtig ist, 50% Finishing-Stat, und es hat zu gut für Devin, aber... Was jetzt helfen würde bei Devin Peterson, wer... Vielleicht 180? Vielleicht... Vielleicht... một, ganz gut ist... ... ... ... ... ... ... ... Anderson keeps going like that and it will, as they say, keep him honest 140 Quality Second 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 180 und in off the post shot und a 94 average for Vandenberg is good enough for 4-1 180 Devin's going to need to go on a 180 streak here he started well in leg number 6 but he might have to hit one every leg from here on out it's been very very impressive the way that Devin Peterson has been able to press the reset button after difficult situations in matches as we've seen many times during the course of this autumn series he just presses reset hits a 180 lands another one and we might see something that will really be the icing on the cake to the week that Devin Peterson has had here all aboard the 180 train then 60 all aboard the 141 train all aboard the 9-door train choo choo and Devin delivers perfection well it has been coming for Devin Peterson the amount of 180 he's been hitting he was he's coming from the right hand side to use that first start in the treble 20 and he's used it expertly and that is a magnificent set up the 2nd turnierrunde on the table it's going to be a moment already at noon it's going to be 13.30 and we will also have some players like it's going to be a session do about it he was in the january we've got the masters haven't we at milton keynes on ITV4 174 and set up shot Weil das Anfeuern nach dem Leck gewinnen, das Lawrence Leggen betrieben hat. Das war der erste von der zweiten Sette, aber ja, Petersen kann nicht aus. Jetzt ist er endlich aus. Oh, 60-85, Treble 10. That leaves double 16 for a break of throw. So, so likely. Double 16 then for Big Devon. Yeah, 62 checkout taken out. Well, let's give Devon Pedersen an opportunity to at double 16. Oh, this is big, big, big. Boy, that's good finishing from Devon Pedersen. Devin, Newly Blast, 62. Let's see, 62-re. 1-0 lesz kiszállóra. Double 16. Bezony. Megdobja. Bebizony. Hú, micsoda magabit. 40 a maradék. Hoppá, 16-49. 17-es kell most. Meg is van, és a dupla 16, az addig jött egyébként. És jön most is. 1-1. Eszi rá, terhet folyamatosan. Itt a 74, igen. Kell a 18-as, és a dupla 16, 32. Bezony. Bezony. Na most ez megint, megint. A chance to lead and move within one. And he's got two darts. Double 4 for Devon. Game shot in ninth leg. Devon Pedersen. Meg is a Richard a throw. Venon truly turned here. Pettersen, 2-0-ájér. Na, nézzük azt a 68-at. Nek is. Ugyanúgy egynyír. Az előbb bedobta 32-t. Nézzük meg. Bedobja! Újabb rég. Nem nagyon hibb. Hájááájááááájáááááájááááháááá! von den Schoeling-Akademien, die wir auch planenieren können. Das ist ein sehr schweres... Naja Naja 17. Now for Topps to hold through, to close that gap to 1 Even filling it out wouldn't have got Gair into a finish gameshow der ja gegen lisa ersten in runde eins gespielt hat gleich am ersten tag dort im studio und jetzt der african warrior mit dem 3 zu 92 oh zio doppelhoze asset tiered hier ja leid a messer is smless super is that me is comedy space i've done the wigan company specs doing rats must be doing a roaring trade tops for devon levels this ich habe das nicht erwartet Der Defenderer der Niederkampagne, der die Ehre für den letzten Match des Nights gelegt hat. Wittlock, der letzte Jahrhundert finalist, in der Penultimate Match des Nights für Devin Petersen... ...devin Petersen... ...und erlaubt. 106 für Petersen. Auch er bekommt wieder eine Chance. Es wird quasi traditionell. Und er läuft ihn jetzt. Und er steht hier für die erste Vorsprache. Husson nicht. Dann hat er auch Sassi sein, Devin. Tripla 20, Gell... ...az megvan, ...is a dupla 18, ...zettiert. Bedobja! 115. 115. 115. Még mindig a tripla Gell, ...az megvan és a dupla 18. Bedobja! Bedobja megint a 115. Ez volt a 175. ...und er zieht nochmal etwas Druck von Jones auf Petersen. Jetzt muss er nach links gehen. Weil er versucht natürlich ganz sicher eine 20 zu werfen. Eine grosse 20. Jetzt muss er oben drüber. Und die Flights stecken so, dass sie eigentlich genau in der Wurflinie stecken. Aber er schlappt. Schön! ... shortages. Herr was Geld bei Pettersen über 120, ...wirkнут���도hert. Der tripla champion dauert 20, ...dupla 20. ...und er wird beim Wurflinie streghynd ...迫w es zu er schlapp von Deus ert com immer sail. Das ist eine 2e Attack-un, ...wandt zu einer für Jake. Well, that leaves double 18 Superstar Already a big leg Check So passed Now then For the match 1-2-1 In three In three Pins the ball Last start Devon Peterson knows This has got to happen Triple 20 Bullseye A monumental moment And Devon Peterson is up to it That could be The killer blow A diamond Light alert Awaken to CISD We'll leave double A for a sparkling stop from the diamond Hey! Oh, lots of stop! Oh, lots of stop That's what he's accented Devon Peterson Jona Triplohus 79 Middop Jona Triplohus 33 Duplohus Oh! 139 Oh! Oh! 139 Oh, you finish off on the down. We can't see ya, let's see. Oh, surely not another one. Oh, absolutely. If we hit the bullseye for the tournament, Peterson might be hitting the bullseye at the end of this combination. One, six, four. 139. Devin's barely been hitting two... Another in there. Bullseye. Oh, my word. So... To beat a player like Peter Wright right now, you need something special, something huge, something inspired. This might be it. Oh, Devin. Devin. 7,750 to be precise. Well, that was precise. As was that. Bullseye for Peterson. 145. That will have looked very pretty in the air. Another. Bullseye. Oh, Devin Peterson, it's spectacular. Oh, Devin Peterson. Have a dance. Celebrate. You deserve it. Oh, Devin Peterson. Here we go. Here we go. Vielen Dank.